Über dieses Spiel hat Luise wohl ein Buch gelesen, oder? Da soll noch einer sagen, lesen, bildet dich. Zwei, ja, nochmal. Ich trau mich das. Und komm, keine sechs. Fünf, ja, sichern, das ist gut. Ich denke, das ist ganz schön richtig, hier abzubrechen. Für die Führung langt es ja allemal. Oh, Stefan, ich zieh dich ab. Außer du würfelst jetzt wie ungefähr du halt bist, drei Fünfen hintereinander. Eins, das ist gut, das ist gut. Ein paar Pünktchen helfen da auch nicht weiter. Da muss man Vollgas geben. Ha, er bricht schon wieder ab. Noch hat keiner die zum Sieg benötigten Punkte zusammen. Komm, richtig schön durchschütteln und Bams. Fünf, sichern. Kannst du diesen Vorsprung auch ins Ziel retten? Natürlich kann ich das. Komm, Stefan, würfel eine Sechs oder nochmal eine Eins. Vier, oh, nee, das ist gut. Was war denn da los mit dir? Luise würfelt sich hier nach oben. Ja, ich würfel mich nach oben. Ich bin auch so gewandt beim Würfeln. Komm. Fünf, nochmal sichern. Ja, das geht doch schnell. Das gewinne ich doch. Das ist doch ganz easy hier. Drei, komm. Schmeiß weg und würfel eine Sechs. Ja, ja. Ja, Stefan, ich kill dich. So, komm. Das Spiel dauert mir aber ein bisschen zu lange. Das ist ziemlich eintönig. Eins, oh, nochmal. Komm, bei eins ist es nicht schlimm, wenn die verfällt wegen der Sechs. Und da ist die Sechs. Alles riskiert, alles verloren. Alles riskiert? Ne, eins habe ich riskiert, du Pfeife. Ja, Stefan, komm, gib's mir. Schieb die Einsen in mich rein und schrei meinen Namen. Oh, die Angst geht um, aber da muss man durch. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Gerade in einem Glücksspiel, die Wiesen hier. Ich habe zwölf Pünktchen Vorsprung. Oh, eins nochmal. Jetzt will das Spiel mich fertig machen, oder? Komm, gib mir eine Fünf. Bitte. Zwei, ja gut, sichern wir mal drei Punkte. Du machst es deinen Gegnern echt nicht leicht. Die Hälfte haben wir schon. 50 Punkte müssen wir erreichen. Vor Stefan natürlich. Um das abzuchecken hier. Verdammt. Oh, Stefan, verlierst du mal. Ich finde das toll so. Ui. Immer dieser Ton. Ui. Drei. Oh, weißt du was, ich gehe Risiko. Nochmal. Fünf. Ja, sichern. Das geht doch. Das muss die Konkurrenz erst mal nachmachen. 33 zu 10. Oh, fünf. Das ist schlecht, wenn ihr auch eine Fünf habt. Komm, würfel eine Sechs, wenn du dich schon traust, da weiter zu würfeln. Drei. Wie ich. Was? Du machst weiter. Ja, ja, du bist so ein Idiot, Stefan. Du weißt zwar alle Antworten von den Fragen, aber würfeln hast du keinen Plan. Und dann. So. Eins. Da können wir nochmal würfeln. Mal das. Ist ja wirklich gar nichts. Noch eine Eins. Ja, dann würfeln wir nochmal. Drei. Ja, ja, sichern wir mal. Ein bisschen mehr riskieren hätte vielleicht den entscheidenden Vorteil gebracht. So bleibt es wenigstens spannend. Es ist nicht spannend. Ich habe 28 Punkte Vorsprung, du Dickschädel. Das stimmt sogar. Das ist nicht mal gelogen. Liebe Kinder zu Hause vor dem Bildschirm, nicht nachmachen. Warum dürfen die jetzt nicht mehr mit Würfeln spielen? Oh. Ja, da haben die Entwickler ein bisschen gepusht, wann sie was, welchen Sprach, welchen Satz sie da einbauen müssten, wann und wo. Vier, das sichern wir doch gleich mal. Acht Punkte noch. Das habe ich gewonnen. Stefan kommt von seinen zehn Punkten nicht weg. Ja, fünf. Das bringt dir jetzt auch nichts mehr. Würfelst du eh gleich eine sechs. Ich kenne dich doch. Ne, eine drei. Oh. Da muss man doch einfach mal mehr riskieren, wenn man das Blatt noch wenden will. So wird das jedenfalls nichts mehr. Noch hat keiner die zum Sieg benötigten Punkte zusammen. Ja, ich habe sie aber gleich. Fünf. Sichern. Drei Punkte noch. Ich denke, das ist ganz schön richtig, hier abzubrechen. Für die Führung gelangt es ja allemal. Drei Punkte noch. Dann habe ich das in der Tasche. Dann sind wir wieder im Rennen, Leute. Yeah. Wir werden Stefan Blatt machen und sacken. 500.000 Euro ein. Nicht in bar, aber das macht nichts. Macht dir nichts draus. Es geht ja nur um einen Riesenhaufen Kohle. Ah. So, jetzt hier. Oh, jetzt muss ich da nochmal würfeln, weil das Spiel mich jetzt ein bisschen verarschen will. Meine externe Festplatte fällt um. Ja, ganz toll. Ja, ganz toll. Ne, Leute. Ich habe sie nicht umgeschmissen mit Absicht oder so. Ich muss mich nicht wirklich... Die drei brauche ich. Ich muss mich nicht wirklich aufregen bei dem Spiel, weil das ist total lässig. Luise liegt in Führung. So, zum Abchillen mal ein bisschen. So. Jetzt kommt. Drei. Das war es. Sicher. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, du Flasche. Stefan ist dran. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, Leute. Verpacktes Spiel, verpacktes Spiel. Er muss jetzt Gas geben anscheinend. Oder er darf ja nochmal. Nein. Soll ich für dich einspringen? Du hast verloren. Nein. Luise gewinnt. Ja. Oh, ich liebe dich, Luise. Wenn du bloß ein bisschen hübscher wärst. Ach nee, du bist so auch hübsch genug. Luise übernimmt die Führung. Ja, ich übernehme die Führung. Ich bin wieder dran. 24 zu 21 für mich. Die Leute vibrieren wieder. Was haben wir als nächstes in petto? Ich weiß es nicht. Eindrücke. Eindrücke. Was ist das? Erklär es mir bitte. Für einige Sekunden wird ein Bild gezeigt. Präge dir möglichst viele Details ein, denn danach wirst du über das Bild ausgequetscht. Wenn du eine Frage falsch beantwortest, kann dein Gegenspieler sein Glück versuchen und sich für die nächste Runde einen Bonus sichern schaffe. Als erster fünf Punkte. Das gewinnt Stefan wieder. Zunächst erscheint ein Bild. Danach bekommt ihr Fragen dazu. Okay. Und zuerst Buzzard darf antworten. Okay. Wer zuerst fünf Punkte hat, gewinnt. Okay, dann mach mal. Seid ihr bereit? Weiß, rot, schmal, schwarzen Henkel. Okay. Links, rot, oben. Rechts, weiß. Mit orangenen Rand. Unten, links, silber, weiß, eher. Rechts, unten, schmal, länglich, liegt, braun. In der Mitte, unten, schwarzer, langer Henkel. In der Mitte, oben. Oh, die Kacke habe ich mir nicht gemerkt, aber ich sage nur sechs. Ich habe mir so Kleinigkeiten gemerkt und dann weit das Offensichtliche übersehen. Scheat. Okay, nochmal. Okay, was sehen wir alles? Tennisschläger, Skateboard, Eishockeyschläger, Boomerang, Baseballbälle, Baseballhandschuhe, zwei, Basketball, Puck, Federball, also Badminton, zwei Schläger, ein Ball. Oder ist das ein Squarschläger oder eher ein Tennisschläger? Ein Tennisschläger, ne? Basketball, Skateboard, Eishockeyschläger, Puck, Badminton. Welche Farbe hatte der Rahmen des Tennisschlägers? Boah, willst du mich verkohlen? Das war Silber. Ich habe gebassert, du Schwein! Du Schwein, ich habe gebassert! Ich habe es gewusst, dass es Silber war. Stefan The Brain hat wieder zugeschlagen. Die nächste Runde beginnt. Okay, wie viele sind es? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, siebzehn Schachteln. Drei hellblaue, zwei rote, ein grüner. Drei dunkelblaue, eher zwei lila, ne? Drei lila, ne? Zwei rote, habe ich schon, zwei orangen, ne? Ich vergesse es eh, siebzehn Schachteln, das merke ich mir jetzt. Eine weiße Schachtel. Das war die größte Schachtel, die rote. Wie viele Boxen waren auf dem Bild zu sehen? Siebzehn. Ja, gut, dass ich mir das gemerkt habe. Okay, weiter. Was für ein Run für Luise. Oh, was ist das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn Bücher. Oder was auch immer das sein soll. Wir haben drei rote, drei blaue. Zwei dunkelgrüne, ein hellgrünes. Ein dunkelbraunes. Ah, Pink ist auch dabei. Vier. Wie viele waren es? Scheiße, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Wie viele rosa Bücher gab es? Vier. Drei. Scheiße, drei. Dauber. Dass er alles immer weiß, was ich nicht weiß. Stefan, ich mag dich nicht mehr. Er weiß alles, was ich nicht weiß. Untergräbst du mal wieder die Moral der Konkurrenz? Oh, was? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, zwanzig. Dinger sind es zwei, drei kreisförmige. Oh, was ist denn das für ein Bild? Zwei, vier, sechs, acht, zwanzig. Ich weiß es nicht mehr, Mann. Ist mir auch scheißegal, das Spiel ist kacke. Wie viele der Holzklötze waren rund? Drei. Ja, gut, dass ich mir das gemerkt habe. Luise tritt aus ihrem Schatten heraus. Oh, was ist denn das für ein Bild? Äh, gelbe Vorhänge. Ähm. Gelbe Vorhänge. Gelbe Vorhänge. Wie soll ich mir das alles merken? Sitzkissen war grün, gelb, Stühle hatten die Farbe gelb-grün, orange. Wie viele Regalfächer waren links neben dem Fenster zu sehen? Oh, Stefan, mach du das. Du weißt es eh, weiß ich doch. Was machst du denn? Jetzt schnappen sich die anderen vielleicht einen Doppelbonus für die nächste Runde. Was? Fünf. Ich dachte, es wären sechs. Naja. Schade. Seid ihr unter die Pazifisten gegangen, oder was? Die Siegpunkte werden nicht geteilt. Klappe. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Okay, hab ich schon mal. Wat wo ist, das kann ich mir schlecht merken. Also wirklich. Ich versuche einfach mal, mich ein bisschen zu konzentrieren. Wie viele Obstsorten gab es auf dem Bild? Was? Ich hab zwölf gezählt. Das war nicht alles so, ups, gut. Dann nehmen wir sieben. Das war nicht richtig. Sechs. Stefan weiß es. Nun können sich die anderen Spieler durch die Beantwortung der Fahrer ein Doppelbonus für die nächste Runde sichern. Oh Mann, ist das schwer. Das ist verdammt schwer, Leute. Soll ich eine Friedenspfeife rausholen? Okay, das Alphabet stimmt. Was soll ich mir da merken? Wie viele Gelbe gab es denn? Zwei, vier, sechs, sieben. Zwei, vier, sechs, sieben. Zwei, vier, sechs. Los. Welche Farbe hatten die Buchstaben auf den gelben Würfeln? Gelb. Pfeife. Ach, die Buchstaben. Ich dachte, die Würfel, was für eine Farbe, die hat.